Musik König Diomedes hatte die prächtigsten Pferde im ganzen Land. Sie waren pechschwarz und nur auf der Stirn hatten sie einen weißen Fleck. Die Pferde waren so wild, dass sie mit eisernen Ketten an ihren Futterkrippen festgemacht wurden und ihr Weideplatz war von hohen Mauern umgeben. Niemand traute sich in ihre Nähe, außer Diomedes selbst. Als Futter gab er den Pferden die Menschen zu fressen, die sich in sein Land verirrten und das hatte die Pferde zu menschenfressenden Bestien gemacht. Herkules wusste das und er ging mit äußerster Vorsicht in das Land von Diomedes. Diomedes hatte vom Orakel von Delphi schon gehört, dass Herkules eines Tages kommen würde, um ihm die Pferde zu stehlen. Doch weil er so stolz auf die Pferde war, führte er Herkules in den Stall. Da bist du ja, Herkules. Hier siehst du meine Pferde. Es gibt niemand, der es wagt, sie anzurühren, denn sie würden ihn zerfleischen. Ach, Diomedes, ich glaube nicht, dass es niemanden gibt, der deine Pferde zähmen kann. Du redest Unsinn. Doch, ich will dir etwas erlauben, das ich sonst niemanden erlauben würde. Ich werde die Pferde vor den Streitwagen spannen. Und gelingt es dir damit, zwölfmal um die Stadtmauer zu fahren, gehören sie dir. Denn wenn sie einem anderen gehorchen, haben sie keinen Nutzen für mich. Doch, es wird dir nicht gelingen. Und so setzte Herkules sein Leben gegen den Besitz der Pferde. Er stieg auf den Streitwagen und los ging die wohl wildeste Fahrt, die er jemals erlebt hatte. Die Pferde brachen immer wieder aus und schleuderten den Streitwagen gegen die Stadtmauer und Herkules konnte sich kaum auf dem Wagen halten. Diomedes stand da und lachte. Zweite Runde. Diomedes lachte. Dritte Runde. Diomedes lacht und vor Lachen liefen ihm die Tränen über das Gesicht. Vierte Runde. Diomedes hielt sich dem Bauch vor Lachen. Und mittlerweile lachten auch die Hürden über Herkules, weil er so jämmerlich auf dem Streitwagen hing und die Pferde mit ihm machten, was sie wollten. Da packte Herkules die Wut und die gab ihm Kraft wieder aufrecht auf dem Wagen zu stehen. Er rief die Pferde leise an und ließ die Zügel etwas locker. Die Pferde stutzten und dann liefen sie in derselben Bahn weiter, aber schön gleichmäßig. Fünfte Runde. Diomedes lachte. Diomedes lachte nicht mehr. Siebte Runde. Diomedes Gesicht war bleich vor Angst und Zorn. In der neunten Runde rief er die Pferde an, doch die Pferde hörten nicht. In der zwölften Runde lief Diomedes nach vorn und wollte die Pferde aufhalten, doch die Pferde hielten nicht und der Wagen überrollte ihn. Die Pferde rannten und rannten Tag und Nacht. Hoppa! Vakastos jalo, vakastos jalo, glastrami sumbuli, kevasiliko, hey! Eurystos war besorgt, als er die Pferde sah. Bisher hatten ihm die Arbeiten des Herkules nur Ärger eingebracht. Der Stier von Kreta tobte hemmungslos übers Land und versetzte die Leute in Angst und Schrecken. Die Hirschkuh, der Göttin Artemis, riss das Vieh seiner Herden und was den Wildeber betraf, so machte der immer noch eine Riesenrandale in dem Bärenzwinger. Was für ein Unheil würden ihm also die Pferde bringen? Er beschloss sie, der Göttin Hera zu weihen. Dann konnte er sie behalten und Hera musste dafür sorgen, dass die Pferde kein Unheil anrichteten. Bring mir den goldenen Gürtel der Amazonenkönigin. Das war's für ein Unheil von Bärenzwinger. Bis zum nächsten Mal.